oh scheiße schießt er auf dich ach so ja du musst du verhungerst hier und verdurst es ach so ich habe steps gehört wo da vorn scheiße man weiß gar nicht was man sagen soll so ich gehe mal den hugel drauf ich bin der der auf den hügel auf geht ja du bist der auf dem hügel drauf geht wir gehen noch mal zurück warum ja bluten noch ein bisschen bevor wir zum ausgang gehen zu am laufen hier ist jemand drin ich hab's gehört ich habe ihm voll der headshot verpasst aus dem kumpel hat mich immer der kumpel hat mich dann erschossen da standen wir küche wie graf koks am kochtob jetzt habe ich irgendwie so eine platt geklopfte waffe platt geklopfte waffe sieht aus wie platt geklopft irgendwie der lauf also auf der einen seite rund und auf der anderen sieht das so platt aus ist sie grün ja auch eine teure waffe ach so 100.000 ich will wieder raus ach da unten was war das ich bin doch gerade am testen wie ich hier okay okay wir sind ja wieder fast eine feldpassage willst du willst du schießen gehen oder willst erstmal mit blut raus scheiße schießt auf dich ja ja renn hoch renn hoch renn hoch renn erstmal hoch das sind spieler wo bist du ich komme hier am berg hoch wie weit soll ich denn rennen einfach über den berg bist du hinten wieder runter ich bin hoch gelaufen wieder zurück im prinzip ach so ich bin hier geht es schon wieder runter auf der anderen seite ich bin hier an diesem an diesem turm und da ja an diesem set ich sende drum an diesem strommast ja da bin ich auch bist du da hinten an der wand an der mauer ja 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 am felsen kommt zu mir kommt zu mir links drehen links drehen links drehen neun uhr neun uhr neun uhr jetzt wieder rechts drehen neun uhr ach da ich sehe dich okay da können wir nicht lang ich sehe nicht und ich will nicht schon wieder sterben ich will einmal eine runde aus kommen ja wo musst du raus lighthouse das ist ganz unten im süden auf der insel hast du zaun an der hausruine da müsste ich mal gucken aber ich will jetzt nicht gucken hier ich muss erstmal rennen ich setze mich mal hier in schatten ein schattiges plätzchen lass mal sehen out to customs straße nach custom da musst du hin ja aber wir sind sehr verschieden jung ja dann müssen wir am leuchtturm ach da ist das das natürlich ein ganz heißer fleck leuchtturm ja da unten oder da können bitcoins ach so und hast du auch leuchtturm ja ja haben wir zusammen aber roto customs hast du nicht roh ne das wäre schön kommst du weiter ja also da hier oben wenn du nach links guckst ja das ist ein ganz heißer fleck da ok aber die werden uns abpassen wir können nicht da lang das ist das problem hier ist eine tasche die kannst du luten von der seite kann von der seite ganze luten wird mal ein bisschen aufpassen du schon gar was ist denn das überhaupt du schon gar was zu essen aber wozu brauche ich das ach so ja du musst du verhungerst hier und verdurstest ach so ok dann komm mit ich hoffe der fängt uns nicht ab dann nicht nur arschkater weil das hat sich angehört dass das ein sniper typ ist okay haha da spieler ausgab habe ich schon erschossen loote du den mal ne Sniper ne, mein Helm setze ich ne Kasten ach so der hatte zwei Waffen, ne? ja oder die haben das neu gemacht, weil damals waren zwei Waffen immer Spieler Spielerscuff ja, das ist mal ein Spieler gewesen oh, ich hab ne Sniper ich weiß die Waffe du hast, ist ne Sniper oh, schießt die auf uns? ne, auf uns nicht ok, dann lass uns mal weg, das ist ja wahrscheinlich der auf mich geballert hat ein Glück war, das ist ein schlechter Schütze so, wir laufen jetzt Richtung Baustelle oh, Spielerstopp vorne vor uns Bewegung genau 12 Uhr ich seh's hinter Bäumen verstecken der rennt aber weg und vor vom Baum zu Baum laufen ja, ist nach links gelaufen hast du das gesehen? mhm war auch ein Skiffspieler oder so wo bist du? ich hab Steps gehört wo? äh, da vorn scheiße, man weiß gar nicht, was man sagen soll rechts seh ich die Baustelle bei mir ja ich sag mal ich sag mal auf 15 Uhr hab ich bei mir die Baustelle auf 15 Uhr ja und wo hast du den gesehen? oder Steps gehört? dann sag ich mal bei so 13 Uhr irgendwie 13 Uhr bist du das gewesen? ich sag mal warte mal ich mach mal was hast du das gehört? nö gut, dann war ich das nicht hinter dem Hügel oder vor dem Hügel? äh kann ich nicht sagen fehlt mir die Erfahrung es war aber eigentlich schon recht deutlich zu hören hast du Kopfhörer auf? nö wahrscheinlich nicht ja guck doch einfach kurz auf Tab nö ich hab bloß ne Maske ok dann wirst du wie das schon sehr nah gewesen sein würden so ich geh mal den Hügel drauf ich bin der der auf den Hügel drauf geht ja du bist der der auf dem Hügel drauf geht wo bist du von mir aus? seh ich nicht wahrscheinlich links von dir oh das waren Schüsse dann lassen oh da ist wieder einer wo? vor uns da war ein Skeff Baustelle rechts in der Baustelle aber noch nicht schießen der ist so weit weg oh ich hab doch die Sniper so das ist ne Schrotflinte glaube ich ne Schneipers Schrotflinte aber mach mal er ist im Umzaun schade 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 wir gehen jetzt hier rein bin auf der Baustelle drauf ah ok ich werd hier mal looten looter der wurde schon gelootet oh hier läuft bei mir einer wird wahrscheinlich wie ein Skeff sein ist das ein Skeff? hat sich nicht so bewegt fand ich doch ein Skeff Skeff ballert nicht auf und weil wir selber Skeff sind wenn es ein Skeff Spieler ist? dann schießt er aber das sieht man anhand der Bewegung das ist ein bisschen noch leer wo bist du jetzt? auf der Baustelle ach jetzt seh ich hast du geschossen? ja auf was? ich weiß nicht ob das ein Skeff ist der Ball hat auf jeden Fall nicht zurück ja ist der Skeff äh siehst du die Villa? das Haus? noch nicht bin hin am Zaun ich bin auf jeden Fall auf der Kreuzung direkt ich seh dich guck das trampelt hier dann komm da kommt das trampelt hier so wir gehen mal gucken hier wird eigentlich auch immer gelootet aber wir gehen mal hier rein ey hier hab ich Blech gehört oh die haben hier einen Durchgang gemacht ok oh das Auto ist abgeschlossen ja ja hier drin ist eine Tasche ich loot die mal wenn das überhaupt noch lootbar ist alles ne schon wieder leer wir gehen mal hier durch aber hier können welche drin sein oh ja ist schon offen scheiße hier müssen wir aufpassen hier schießt man eigentlich ganz gut aus der Hüfte da zieht man ganz gut ja hier wird alles gelootet schon warst du schon open? ja ich bin grad oben achso oh ich dachte jetzt da läuft einer und wollte ich abknallen alter ja es passiert schnell glaub mir du willst auch in deiner deiner Jugend noch mich noch erschießen ich werd dich aber auch noch erschießen meinst du? naja das passiert dann bring ich dich um aber wenn das versichert ist kann man die Sachen einfach in Gewiss werfen vom Kumpel da sind Waffenschränke dann manchmal ist da Waffe oder Munition drin aber ich bin ja gut vollgestopft mit Waffen jetzt kann ich mal gucken was ich hab was ist denn das? ne SV98 Bolt Action SV98 ich geh runter ich bin unten der heißeste Loot ist hier eigentlich in den Jackentaschen aber da sind's Gap wahrscheinlich der da draußen läuft teuren Schlüssel glaub ich hab ich gefunden ok gut der hat er wohl nicht gelootet ich sag dir jetzt mal ich zeig dir jetzt wo eine Lootbox ist die beiden kannst du dann looten guck mal wenn du jetzt mal Tab drückst ja dann siehst du unten links da Wasser Hausstand und den Blitz für Nahrung ah ok hier wird bei ca. 50 bis 60 schon liegen ne das wird stärker Auswirkungen auf dich haben am Anfang wenn du ähm zu wenig Wasser ähm dann wirst du komische Sicht kriegen und die Märchen die rennen können und wie es irgendwann sogar Leben wird runter gehen abgezogen bis zum Tod bei Essen sieht's fast genauso aus ok dann gehen wir weiter nach links mal ein bisschen ach wir müssen ja Richtung Leuchtturm raus ne ja ok da loote ich mal aber ich meine weißt du eigentlich müsste es hier auch Kompass geben ich meine es ist ja ein Kompass ist ja wohl kommt ja bald führen sie ein weil hier weißt du überhaupt nicht wohin das ist ja es wird eingeführt wir gehen nochmal zurück warum wir looten noch ein bisschen bevor wir zum Ausgang gehen es ist halt ziemlich am Ende des Spiels die hocken wir nur noch an den Ausgängen oder so bist du am Laufen hier ist jemand drin ich hab's gehört er hat seine Waffe umgestellt da sitzt direkt vor mir irgendwie äh scheiße wie werfe ich die scheiß Granate keine Ahnung ist das hier geworfen der hat auf Vollautomatik gestellt bist du schon drin ich bin tot scheiße der war im Team glaube ich du kannst auch abhauen voll die Ballerei also ich hab ihn hat er getötet? ich hab ihm voll den Headshot verpasst aber sein Kumpel hat mich über der Kumpel hat mich ja der Kumpel hat mich dann erschossen da stand in der Küche wie Graf Koks am Kochtob ich hab auch einen Kopfschuss ich hab auch einen Spieler getötet ach ne das war der erste den wir erschossen haben ach schade schade ey wie kommen die raus aus den scheiß Runden ey aber einen schönen Kill mein erster ja aber es kann von mir bringt dir leider nicht so viel Faction Skeff was ist ein Skeff das war ein Skeff-Spieler wohl der hat ja spielt wie Gott naja hat ordentliches Movement drauf ihr habt alle noch was ist denn da los? kann man das nicht als Skeff oder was? keine Ahnung ich dachte mal die sind blöder das war ein Skeff-Spieler ach so ah ok also schon ein echter Mensch ja schon wie wir als Gefreie nicht nur im jumbo aus